Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie ihr eurem Hund das Herkommen bzw. das Rufen eines Hundes beibringen könnt. Als erstes müsst ihr euch ein Wort ausdenken oder einen Spruch, auf den der Hund hören soll, wenn er herkommen soll. Am besten geht wirklich, den solltet ihr auch nehmen, guckt mal was ich hab. Damit hört fast jeder Hund und nimmt das auch alles lecker, die Spruch war, wenn man ihn einmal daran gewöhnt hat. Das klappt richtig gut und das probieren wir jetzt mal aus. Ja, dazu braucht ihr auf jeden Fall Leckerlis und dann ruft ihr dann einfach ganz normal, ohne Spruch und ohne Wort, einfach ganz normal rufen, komm mal her. Und zeigt ihm das Leckerli, komm mal her. Dann gebt es ihm und sagt, guck mal was ich hab, während es ihr ihm geht. Und dann gleich noch eins vielleicht und sagt nochmal, guck mal was ich hab. Und streichelt ihn nebenbei und belohnt ihn, denn er ist zu euch gekommen. Wenn ihr das oft genug gemacht habt, ihr könnt natürlich auch ein anderes Wort einsetzen, für das was wir eben benutzt haben oder einen anderen Satz. Aber das klappt halt beim besten, was wir hatten. Und irgendwann hört er nur auf das Wort und wenn man ruft, guck mal was ich hab, guck mal was ich hab, kommt er sofort angerannt und holt sich das Leckerli. Und immer schön belohnen, denn er hat es so fein gemacht und dadurch lernt er noch besser und verstärkt diesen Sinn. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.